Hallo, herzlich willkommen. Hi Charlotte. Wir haben richtig viel vor. Hast du Lust? Ja. Sehr schön. Dann kann es ja losgehen. Ich finde cool, dass meine Schwester hier ins Kiola-Haus gehen darf. Ich glaube, dass Charlotte gut tut, wenn sie hier spielen kann mit ihren Freunden. Jetzt eine Runde zu Ella. Kiola ist genau für die Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen das Richtige, die gerne zu Hause leben. Aber wenn die Eltern auch mal eine kurze Auszeit benötigen, mal übers Wochenende, dann können diese Kinder und Jugendlichen hierher kommen und hier gut pflegerisch und pädagogisch versorgt sein. Wir lassen Sie mit einem guten Gefühl zu Kiola und freuen uns dann immer auf das gemeinsame, ruhigere Wochenende. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen der Hauptziehung. Heute freuen wir uns mit insgesamt 24.442 Gewinnerinnen und Gewinnern. Herzlichen Glückwunsch. Mit den folgenden Endziffern haben Sie das große Los gezogen. 4 glückliche Mitspielerinnen und Mitspieler können sich über 337.526 Euro freuen. Eine lebenslange Sofortrente von bis zu 5.000 Euro monatlich. Für mehr finanzielle Sicherheit entfallen auf die Lose mit den Endziffern 58 53 882. Und jetzt kommen wir zur Wochenziehung. Je 5.000 Euro gehen an zwei Lose mit den Endziffern 25 08 028 sowie 25 37 458. Jeweils 10.000 Euro gewinnen zwei Lose mit den Endziffern 59 98 451 und 23 41 265. Und 100.000 Euro entfallen auf alle Lose mit den Endziffern 32 62 363. Gratulation und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Du bist ein Gewinn.